Es gibt eine kleine Sache, die Brian sagt, über halte Fusionen. Viele Leute glauben immer noch, dass es sie nicht gibt. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich es sagen soll, aber wenn ich es lange raus habe, ist es okay. Hier ist mein amerikanischer Passwort. Das ist mein amerikanischer Pass. Das ist die Farbe. Sehen Sie die Farbe? Ein brauner Pass, für alle, die es nicht erkennen können. Es ist kein normaler Farbe. Um zu zeigen, dass mein Hintergrund anders ist. Ich möchte das nur, um euch anzudeuten, dass ich einen etwas anderen Unterricht habe. Es handelt sich um ein Regierungstum. Es hat eine spezielle Regierungstum. Sie hat mir gezeigt, dass sie mir gezeigt hat. Es sind spezielle Regierungsidentifikationsdokumente darin enthalten. Ich habe kein Einkommen mehr, seit ich diesen Laden verlassen habe. Vor fünf, fünf Jahren war eine Berufsunfähigkeitsrente. Ich möchte kurz etwas zur Kalten Fusion sagen. Ich habe schon gesagt, dass ich auf der Postgradualen Universität der Marine war, war es noch für die Öffentlichkeit geöffnet. Was inzwischen wahrscheinlich nicht mehr der Fall ist. Das ist stark zu identifizieren. Aber ich habe nicht gesehen. Das geht darum, den Mond zu identifizieren, über den ich jetzt reden werde. Und im Kern des Physikinstituts. Machen wir Experimente mit dem Kasimir-Effekt. Was ist der Kasimir-Effekt? Es handelt sich um einen bestimmten Kapazitator, der Over-Unity-Energie erzeugt. Und dies wurde wieder und wieder bestätigt in verschiedenen Physik-Laboratorien. Und dieser Effekt wurde in mehreren Labors immer wieder bestätigt. Es geht darum, die Null-Punk-Energie anzupassen. Und es war noch nicht mal in einem Geheim-Geheimen. Aber man hat eigentlich nichts davon mitbekommen, es sei denn, wenn es zufällig daran vorbeigeht. Denn schließlich ist das in einer, wo postgraduale Studenten auskommt. Wo er anstellt des Militärs und der Regierung hingegen, um Forschungen zu betreiben. Also es ist nur ein ganz kleiner Ausschlag in dieser Geschichte, aber er lässt diese Geschichte wesentlich glaubhafter erscheinen. Und ich habe den Ort genannt, an dem das Fall ist. So, als es ist, once es hits the internet. Excuse me, could you say the Geographical Initiative campus left me out? Monterey, California. Monterey, California. In Monterey, California. In Monterey, California. In Monterey, California. Near Carmel, California. Carmel, California. Ich habe mit verschiedenen Professoren auf viele verschiedene Projekte gearbeitet. Ich habe mit dem Universitätsprofessoren an einer Weltraumsorte gearbeitet, die bei einer Mission bei der 150 oder so. Ich möchte jetzt nicht weiter auf eurer Zeit stehlen, wollte nur kurz das sagen, das ist alles. Ich könnte jetzt... Vielen Dank. Applaus